Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Also begin mal von Anfang Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Al-Ataaka hadithu al-ghashia Wujuhu yawma idhin khashia Aamilatun nasiba Haa, wo ist Ghunna? Afwan? Ghunna, wo ist Ghunna? Aamilatun nasiba Aamilatun nasiba Teasla naran hamiyah Tusqa min aynin aniyah Leysa lahum ta'amun illa min dari'ah Min dari'ah Min dari'ah Min dari'ah Min dari'ah Also nicht Min dari'ah Was ist die Regel hier? Die Regel ist, dass nun dunkel gesprochen wird Ja, dunkel, nun, aber nicht nur die Ghunna bei nun, ja? Und die Regel hier ist, ist, äh, verstecken Ja, verbergen Ja? Ah, und wir können Ghunna dunkel aussprechen Min dari'ah Min dari'ah Ja? Ich kann nicht so gut, weil man dann verstopft ist Ja, ja, kein Problem Ich versuche aber zu üben, inshallah Min dari'ah Ja? La yus La yus Milu Wa la yugni Min dari'ah Ja, sehr schön, also eine Pause Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Was ist die Regel hier? Janmö Janmö Janmö, gehörst was? Ich verwecksele mal den Namen Angleichen? Äh, Eklab, glaube ich Nee, 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 nee Das ist nicht Kennst du das auf Deutsch? Ja, Jarmalun Richtig Aber was ist die Regel? Also, nach Mit Mit Eklab Eklab Ederom Angleichen Ederom Angleichen Ja? Ederom Mit Ghunna Ja, Ederom Die Regel heißt Ederom Mit Ghunna Ja? Ederom Mit Ghunna Weil danach Anjag kommt Ja, und jag ist Bayanmö Ja Wujuhu Yawma 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 Und die Yawma 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 Das ist die Regel Zwischen Yawma 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 Idhar Ist Idhar Ja, das heißt Erscheinen lassen Mit Oder ohne Ghunna Idhar Ist Ich weiß es nicht Also Versuche Das auszusprechen Versuche Das auszusprechen Und du kennst Ist Ohne Ghunna Wenn ich Ja, ohne Yawma 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 Sehr schön Jan 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 Es ist selbe Ja, selbe Ja, sehr schön Und hier ist N Sy Yawma Verlänger uns Ale Hier Ist hell Oder dunkel Und warum Es ist hell Weil der Der vorhergehende Buchstabe Ist hell Und dann Feth Ja, sehr schön Also Feth Nicht wichtig Aber wichtig Der Buchstabe Dafür Ja Ja, sehr schön Nasibe Tas La Naran Hamia Also Naran Ist hell auch Wie Nasibe Ja Naran Hamia Dann Wien Danach Ein H Genau Also kommt Einer der Sechs Buchstaben Darunter das H Dann wird Tanui Wird das Klar und deutlich Aussprungen Ja, sehr schön Hier auch Ist Ishar Bei Darir Ist ein Ra Ist Ra Hell Oder Dunkel Also Unter dem Ra Ist ein Kesra Deswegen Könnte es Hell sein Ja Hell Will Ludger Ist hell Hell Heil Man Ishar Schoen La Jusminu Wala Yolim Also Weiter Ja, ganz oben. Warum hier ist ein Schadda? Wenn man die beiden Eier verbindet miteinander. Ja, sehr schön. Aber am Anfang eines Wortes gibt es kein Schadda. Schadda bedeutet zwei Buchstaben. Der erste Buchstabe ist ein Schadda, der zweite Buchstabe ist ein Schadda. Und am Anfang eines Wortes gibt es kein Schadda. Deswegen. Aber Schadda hier gehört vorheriges Wort. Hier ist ein Tanwin und Tanwin ist ein Schadda, danach ein Lamm und Lamm ist mit Käsra. Ja, das ist ein Schadda. Ja, das ist ein Schadda. Hier ist ein Schadda. Hier ist ein Schadda. Ja, sehr schön. Wir können jetzt eine Pause machen. Also, hast du ein Schicht Eimansweid über YouTube gesehen? Ja, also Eimansweid macht sehr deutlich. Hosari macht auch, Allah Mawarik. Ja, also, du hast gesagt, Masfu-Fah. Also, Schicht Eimansweid macht so. Ja, ganz deutlich. Ja, also, der erste Buchstabe ist ein Schadda. Ist es eine Schicht Eimansweid? also die erste aber ja erste Vers wir haben ein Meme mit zu können das ist die Regel bei 21 wo sind wir jetzt genau 21 nach 21 die Regel bei bei hier ist die Regel bei Meme Säkina nicht, nun Säkina und Tänwina Säkina hat drei Regeln ein Buchstabe, ein Buchstabe und äußert das wenn nach dem Meme ein Meme kommt dann macht man leicht presst man die Lippen aufeinander ja ja richtig aber wie heißt das das war Iqlab Iqlab Bainun Säkina aber hier das läuft gleich Sie sind gleich beim Sprechen sind gleich ja aber hier hat ein anderer Name das heißt ich verstecke Lass lefst alaihim bimusaytir ja ja ziashu und bei elf, zwölf zwölf, nein, elf, zwölf ja, zwölf, Nummer zwölf achso, das ist dreizehn ja, dreizehn nach zwölf ja, was, was genau was ist der Regel bei Meme عليهم rabbuk عليهم ähm is her also zwölf ja, ja danach gibt es kein Meme gibt es kein Meme gibt es kein Ba dann ist er ja ja sehr schön und was noch ja, tevkkaru hier ja, tevkkaru ja, tevkkaru äh das Ra ist eigentlich, wenn über dem Ra ein Dhamma und ein Fethra ist dann wird es dunkel ausgesprochen ja, dunkel sehr und bei Mardyja äh welche äh hier hier Meme oder ra ra hier ist dunkel oder the hell Achso, wenn so cool drauf ist, wird bei den vorhergehenden Buchstaben geguckt, ist dann hell. Ist hell? Sag bitte, Mardia mit helles Rack. Das ist schwierig. Mardia, nee. Es müsste dann dunkel sein. Ja. Ja, nur bei Kasra, bei Kasra, bei Kasra und Sekun, da vor ein Kasra und bei Ja ist hell. Außer das ist dunkel. Ja? Ja. Sehr schön. Also diese Regeln sind rechtlich, Alhamdulillah. Und nächstes Mal können wir außer diese Regeln lernen, Inshallah. 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 Subhanakallahum, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pronto了.